Servus, ich mache ein ganz anderes Video zwischen euch. Ich war jetzt in der Schweiz. Und zwar war ich da bei meinem Tätowieren. Tut's schon weh? Ah jo, du hast wahrscheinlich extra Nudeln, so sind die Arschlochkunde. Bist du jetzt schon am Aufnehmen? Ja, ich bin schon am Aufnehmen. Also du weißt, heute darf ich ausnahmsweise nicht weinen. Ausnahmsweise nicht weinen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt und ihr habt vollkommen recht. Warum hängt der jetzt bei so einem Tätowierer rum und macht nicht an der Videoreihe weiter? Allerdings war der Termin mit dem Tätowierer schon viel viel früher angesetzt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Termin gemacht habe, habe ich gerade 73 Abonnentenkarten. Deswegen nimmt man es nicht übel. Aber die bleibt da am Ball mit der Videoreihe. Nur halt verzögert sich das auch nicht. Ich denke, dass ich diese Woche auch das nächste Video schon einstellen kann. Ja. Eigentlich war ich nicht nur bei dem, weil ich mich tätowieren lassen wollte, sondern weil ich auch was anderes von ihm wollte. Und zwar, dass er was für meine Abonnenten macht. Das seht ihr genau jetzt. Ich habe mir überlegt, bei der Spendeaktion, bei der Verschenkung am Schluss, wollte ich noch so ein paar T-Shirts raushauen als Prostpreis. Aha. Jetzt bräuchte ich aber jemanden, der mir ein Motiv entwirft. Ja. Das ist eine geile Idee. Kennst du da jemanden, der kreativ ist und sowas gibt? Ich könnte es jemanden kennen, ja. Einer, der das auch umsonst fällt, wenn man Abonnenten machen will. Das war also richtig ehreamtlich. Ja. Ja, sicher. Logisch. Das ist geil. Machen wir. Ja. Ich habe da schon eine kleine Idee dazu. Also so ein Motiv habe ich eine Idee. Ich würde aber gerne so ein, zwei verschiedene Motive raus haben. Da muss ich eine kleine Hintergrundgeschichte erzählen. Und zwar die ursprüngliche Idee von, dass ich ein Video für YouTube mache. Also ganz, ganz am Anfang. Das kam damals von meinem Tätowieren. Der hat zwar nicht gesagt, hey, stell dich mit Renningshosen in den Wingen und film dich ab. So war das nicht ganz. Allerdings, er hat mich schon auf die YouTube-Idee gebracht. So. Wie schon gesagt, ich war bei dem, bei White Trash Tattoo in Bischofszellen. Das ist im Thugaukreis. Kann auch ein bisschen Werbung für die machen, weil immerhin war ja der ganze Kanal seine Idee. Und er ist da am Tätowieren und er fragt mich halt die ganze Zeit so Sachen. Nein, Quatsch, im Ernst jetzt. Aber wenn die Leute doch, also wie soll ich sagen, wenn ich jetzt nur ein bisschen zu langsam war, aber ich will dort mitmachen und du lässt mich einfach nicht mehr. Mir ist das doch recht, wenn du ein bisschen mehr Geld von mir aus einnimmst. Aber ich will doch mitmachen bei dem Spiel, weißt du? Also ich denke, viele denken vielleicht so. Dann hättest du es lieber, also du könntest doch das Geld nehmen und sagen, okay, aber mit dem Geld, was übrig ist, mache ich dann was für euch wieder. Wenn du es schon für dich verwenden willst, klar. Wenn du das so, ja eben, du machst das ja fair. Aber du könntest ja sagen, komm, dann machen wir irgendwas. Keine Ahnung, machst du ein Event, ein Treff oder so. Und du dann finanzierst mit dem Geld. Dann hat wieder jeder was davon. Bloß die Leute konnten, könnten dann halt teilnehmen. Abonnenten fragen. Zum Beispiel, ja. Ja. Oder? Wäre doch eigentlich die Idee. Wie gesagt, die, die zu langsam waren, durften nicht mitmachen. Also ist das auch ein bisschen blöd. Ja, aber die, die jetzt schon gespendet haben, haben ja... Ich meine, da gibt es bestimmt ein paar, die gespendet haben, weil die Quote relativ niedrig ist. Wir sind dann von einer Quote von 1 zu 500 ausgegangen. Wenn ich jetzt die Spendation wieder aufmache, dann ist das unfair gegenüber denen, die ich gespendet habe. Denke ich jetzt. Ja... Das Einzige, was ich machen könnte, der verschenkt, wenn du jetzt einen Popper und ich habe zwei, dass ich eine weitere Spendeaktion mache, die mit offenem Budget und der zweite Popper halt wiederum verschenkt und damit dann irgendein Abonnenten treffen mache. Wenn dann überschüssig Geld reinkommt. Genau, wenn überschüssig Geld reinkommt, was ich aber denke, wenn ich es länger drinnen lasse. Ja... Man geht halt für die Spende, für den zweiten Popper, geht dann halt irgendwie... Die Quote ist dann nicht bei 1 zu 500, sondern 1 zu 1000 oder im gestern Fall oder so. Abonnenten treffen, das hätte mir auf euch fallen können. Also für Abonnenten treffen hätte ich wirklich Lust. Nur, dass das nicht vorher falsch verstanden wird. Die ursprüngliche Spendeaktion bleibt genau so, wie es ist. Also da gehe ich auf keinen Fall dran, das machen wir genau so weiter, wie wir es die ganze Zeit geplant haben. Und ich bin auch froh, dass es so gut funktioniert hat. Aber Abonnenten treffen, da hätte ich wirklich Lust drauf. Dass wir uns alle zusammen treffen und ich sehe auch die ganze Umbau, die durch die Videoreihe entstanden sind. Also das würde mich wirklich interessieren. Also die Idee, die will ich nur jetzt gerade mal wiederholen, dass wir eine neue Spendereihe machen. Ich habe mir das auch bei der ganzen Heimfahrt richtig gut durchdacht. Und zwar, dass wir eine neue Spendereihe machen. Je nachdem, wie gut sich die Spendereihe halt entwickelt, wird dann der Popper verschenkt, der bei der Sache übrig bleibt. Also von der ersten Spendeaktion. Und wenn darüber hinaus Budget übrig ist, dann würde ich auch noch ein weiteres Motorrad bauen. Allerdings was ganz anderes. Jetzt muss ich mir ganz kurz die neueren Abonnenten abholen, die gar nicht wissen, was gerade abläuft, warum Spendeaktion, warum kein Gewinnspiel und was auch immer. Und zwar, es gab ein Video, das habe ich wieder rausgenommen. Damit habe ich eine Spendeaktion gestartet. Da konnten Leute spenden für die Videoreihe. Und am Schluss habe ich, am Schluss von der Videoreihe wird dann das Moped, das ich dann baue, verschenkt an irgendjemand, der für die Videoreihe gespendet wird. Warum ich kein Gewinnspiel mache, hat den Hintergrund, weil ein Gewinnspiel genehmigungspflichtig ist, nachweispflichtig und alles mögliche. Und rein von der Sache her ist es so, so viel, viel einfacher. Natürlich ist es auch so, dass rein rechtlich gesehen es wirklich Spende ist und kein Gewinnspiel. Und wer damit nicht einverstanden ist, der muss es ja auch nicht machen, wenn das irgendwie komisch vorkommt. Also, für eine neue Spendeaktion will ich jetzt auf jeden Fall, oder was ihr davon hält, was ihr von Abonnententreffen hält, was ihr von der neuen Spendeaktion hält, von dem ganzen Drum und Dran hätte ich gerne eure Kommentare. Es ist ganz einfach so, dass auch Abonnententreffen, also ich würde es auch nicht so ganz einfach aufziehen, oder ich würde sagen, wir treffen uns alle auf dem Aldi-Parkplatz oder so. So möchte ich es dann auch nicht machen. Ich möchte es dann einigermaßen wettersicher machen, dass wir im Notfall, wenn es wirklich an dem Tag irgendwann zwischendrin anfangen zu regnen, dass wir da irgendwie unterkommen, dass wir Verpflegung haben, dass wir genug Alkohol, dass wir genug zu trinken haben und dass man gleich ein bisschen halt auch was machen kann. Dort ein bisschen Party machen kann. So stelle ich mir das vor, richtig gemütlich. Und da würde mich euer Kommentar auf alle Fälle dafür interessieren. Ich bin jetzt müde wie die Sau und würde jetzt am liebsten das Video beenden. Allerdings kann ich es noch nicht ganz beenden, weil ich habe so viel Material noch aufgenommen, dass es viel zu schade wäre es nicht zu zeigen, dass ich das jetzt noch hinten dran hänge. Also genau, das kommt jetzt noch. So und zu guter Letzt kriegt ihr jetzt erklärt, wie Gui gemacht wird. Ich habe das unbedingt mit reingenommen, weil ich euch ja auch intellektuell weiterbilden will und Kochrezept von einer Südamerikanerin ist sicher interessant. Deswegen lasse ich euch mal erklären, von einer Südamerikanerin auf Schweizerdeutsch, wie ihr Gui zubereiten müsst. Du weißt, eventuell mit Untertiteln arbeiten. Bei dir geht es aber erst, bist du ganz traurig. Also Gui zum erklären, das ist mehr Schweizerdeutsch. Das ist ein Nationalgriff von Ecuador und Perun. Und wir dürfen eigentlich mit Kopf und Zähnen durch einen Holzspeiss stecken und über das Feuer breiteln. Also ihr steckt einen Holzspeiss durch den Meerschweinschen? Genau. Und das Fell verbrennt das? Nein, ich habe das auf der Hauptsache. Das ist noch mit sich von gestern. Von einem grossen Meerschweinschen. Ja, die werden ganz schön gross. So, jetzt musst du die Hand schon wechseln. Also ihr zieht Meerschweinschen, Feller, holt ihr eine Reihe raus? Das, das weiss ich nicht. Ja, Gui selber noch nie zu bereiten kann. Ja, well, ich habe noch gemerkt, ja. Okay, aber das hast du schon öfters. Wie schmeckt das? Ja, es ist so ähnlich wie Pulle und Reisli. So eine Mischung zwischen dir. Zwischen Pulle und Hasen? Ja. Pulle. Pulle ist Finchen. Finchen. Ah, okay. Okay, okay, cool, cool. Gut, alles klar, okay. Das ist bestimmt hochinteressant. Und wo jetzt in der Schweiz kriegt, na gut, mehr Schweinschen her, um das mal ausser zu probieren. Ich meine, du kannst ja nicht in die Handball bauen. Ah, das Sticker da hinten hätte ich gern. Sicher. Klar. Also, rein theoretisch kann man das jetzt schon machen. Ob da der Tierschutzverband kommt oder Röten, weiss ich halt. Ja, aber ihr macht es ja vorher, ihr tötet mehr Schweinschen, bevor man die Spiesbücher schrecken. Ja, das schon, das schon. Okay. Also, das wird nicht so aztekisch, traditionell irgendwie. Weil die haben ja öfters mal Rossbäume lebendige Leute gemacht, ne. Und ich weiß, was euch jetzt durch den Kopf geht. Das ist ja die Geschäftsidee. Statt Kentucky Fried Chicken mache ich Darmstadt brutzelt Hamster auf. Muss man mal ausprobieren. Das ist ja eigentlich kein Tätowierer, das ist ein Künstler. Der tätowiert halt. Aber er malt halt auch Ölbilder. Das ist halt so ein Typ, der sich oben hinstellt und statt das Fernsehen zu gucken, der hat gar kein Fernsehen, stellt sich hin und malt Ölbilder und trinkt dazu ein Glas Rotwein. Also das, was wir in der Pfalz als Schluckimpfung bezeichnen, das trinkt, meint er, wäre ein Glas Rotwein. Egal. Aber ich bin jetzt wirklich ziemlich im Arsch. Und damit verabschiede ich mich jetzt mit dem Video. Und wollt euch nicht nochmal daran erinnern, dass ihr unten in die Kommentare schreibt, was ihr jetzt von der zweiten Spendaktion haltet, weiteres unbekanntes Moped zu bauen, was ihr da davon haltet und zum Abonnenten treffen, was ihr da davon haltet. Einfach unten mal in die Kommentare reinschreiben und dann sehen wir, was wir machen. Ok. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.